Hallo und herzlich willkommen zurück zu K-Story nur ein Computer dafür 1 und 6 rote Blumenblätter sind überall verstreut komm nach oben nach oben nach oben das ist 16 15 14 13 12 11 10 ok und die hier unten sind 7 der 6. ist nicht normal der 5. ist nicht normal ok dann kann man uns hier denken da sind 3, 2 und da ist die 1 hey runter ok 6 und 7 1 und 6 1 und 6 1 und 6 und 0 ist ein Kraftfeld auch ok speichern noch einmal ok 0 ist ein Kraftfeld 1 und 6 sind halt abnormale Eier ha 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 ok ok hier gibt's keine C-State also ok 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 Oh mann, ihr nervt. Ja, stopp an meiner Raketen! Scheiße, ey. Komm, da Steffen wir auch runterkommen. So was Steffen wir auch runterkommen. So was Steffen wir auf den Nerv. Zwei. Oh mann. Es ist vorbei mit dem Schiff. Schiff, ja, Schiff. Hab ich grad Schiff gesagt? Schiff, 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 Schiff. Und ja, da hoch können wir daumen. Oh nein. Oh toll. Und was jetzt? Erstmal will ich die loswerden. Geht mir auf den Sack. Yay. Kann doch oben gehen. Wie komm ich jetzt durch das Knochen? Ähhhhhh. Loll. Eins und sechs sind nicht normal. Wird doch gesagt. Mal sehen. Zwei. Ähh. 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 Ich hab keine Ad-Karte notwendig, um das Kraftfeld abzusenken. Ich hab keine Ad-Karte. Ähh. Erstmal wo... Das hat's bestimmt. Ja, ich möchte speichern. Okay, vier. Fünf. Aua. Jetzt gehen wir los. Ähh. Schaffts. Muss ja nochmal kommen und dann gehen wir zu sechs. Schatz. Schatz, du, du öffnet. Ed-Karte. Yay. Habe ich's doch gewusst. Yay. Gehen wir jetzt rein. Äh, wieder raus. Jetzt gehen wir schnell. Hier entlang. Ich will jetzt das Ding nicht begegnen. So. Mal runter und weiter, 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 weiter. Ehh. Du leaauuuust. Leute. Das ist echt bescheuert. Das schaffen wir. 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 Moment. Wenigstens weiß man jetzt, wo die E-Karte ist. Ich glaub, ich werd einfach den der Weg gehoben und dann fertig. Los geht's. Oh, geschafft? Nee, egal. Geschafft, geschafft, geschafft. Okay, Leute. Ed-Karte erhalten. Yay. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Oh, lol. Ich will nicht noch einmal sterben. Oh, die dort oben. Na, warte. Hier nervt. Nein. Oh, Mann. Ich konnte, glaub ich, die Kapsel holen. Das glaub ich. Komm, ich versuch's noch einmal, wenn ich's nicht schaffe, dann. Mann, fress ich nen Besen so. Mann, fress ich nen Besen so. Oh, geschafft. So, Leute. Ja, Ed-Karte bla 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 bla. Jetzt versuchen wir's noch einmal und dann mach ich das. Leute. Das Spiel ist cool, sag ich jetzt schon mal. Oh, das sieht... Ich mag so welche Spiele. Oh, geil, 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 geil. Aua. Ich speichere jetzt mal noch, wobei wir jetzt haben. Die Ed-Karte! Yay. Das ist das Spiel speichern, ja. Aber erstmal will ich mein Leben auffüllen. Geh hoch. 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 Ja, jetzt haben wir die Ed-Karte. Yay, mein Gott. Ich bin so gespannt. Yay. Was passiert gleich? Was passiert hinter dem Laserstrahl? Werden wir den McDonalds finden? Oh, McDonalds. Wo steht hier McDonalds? Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Jetzt kommt der Chef nicht hoch. Stirb Chef. Yay, danke schön Chef. Ich nons ihn so Chef. Ah, toller Name. Geh? Geh fo. Jetzt aber die Ed-Karte. Nr. 1 rein, nenn ich jetzt mal so. Wisst ihr, dass hier total jemand auf den Sack gehen kann? Wo ist Level Up? Im letzten Part hab ich ja gesagt, was das Ding da oben bringt. Level Up ist für meine Waffe und nicht für mich. Ich hab mich total verplappert. Okay, warte, warte, warte. Ich hab' das nicht. Nimm mal das. AID-Karte eingeführt, Kraft fällt im Psyk abgesenkt. Yeah, yeah, yeah. Schnell dahin. Oh, ich dachte schon, wir verlieren. Okay, gehen wir weiter. Was zum Enkel? Er klaut mir meine... Ahhh, meine Jungen, Mannoo! Wisst ihr was? Äh Ich habe mich nicht geheimt. Das finde ich doof. Schneller... Okay. Jetzt gebe ich mich zum Speicher. Das Ding nervt total. Speichern, ja. Habe ich noch die Edit-Karte? Gut. Oh, ich dachte schon, ich muss wieder zurücklaufen. Dann hatte ich mich... Dann, dann, dann... Ey, ich bin wahnsinnig geworden. Oh, verletzt. So gut. Ich könnte mich jetzt mal... Oh, diese Dinger... Ja. Der ist ja auch noch Level 1. Ja, nehme ich mal dieses hier. Oh, aber das ist irgendwie besser, weil es dann... ...schneller schießt. Und Toys kämpfen wir bestimmt gegen dich. Niemand darf die kostbaren Eier meines Meisters berühren. Die sterben... Ja. Äh... Oh, Mann. Ah, hab mir weh gedacht. Kann ich hier noch rein? Nein, nein, ich kann nirgends nur rein. Äh... Ich hab es, ich hab es... Nee, 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 nee. Keine Herausforderung gegen mich. Gegen Toki-Dan-Mo-9. Ach, bläß. Da hat Doken oder was? Aaaaahhhhhh... Oh, Mann. Leute, Leute. Leute, ich mach jetzt hier Schloss. Und wir sehen uns im nächsten Mal von Cave Story.